So, in diesem Video will ich euch noch kurz zeigen, wie man das Band einrichtet. Also ich habe es selber noch gar nicht eingerichtet. Ich habe jetzt gerade noch kurz angefangen, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht für das Video auch ganz interessant. Deswegen habe ich das nochmal unterbrochen. Also ich habe festgestellt, dass das Band natürlich keinen Bluetooth hat. Das wird wahrscheinlich auch viel zu Akku-belastend, das Ganze. Deswegen wird das hier über diesen Kopfhöreranschluss übertragen an das entsprechende Gerät. Ihr seht, ich habe das jetzt auf meinem Razer Eye installiert. Ich mache dann mal kurz noch das Display sauber, damit man da auch gut was sieht. So, also ich habe jetzt hier die App offen. Jawbone Up heißt, sie ist natürlich kostenlos. Ich habe es jetzt geöffnet und dann kann man jetzt hier das machen. Welcome to Up, I have a band with me. Drücken wir einfach mal hier. Die App gibt es anscheinend noch nie auf Deutsch, also etwas komisch. Dann Wake Up Your Band. Kann man hier oben machen, indem man auf diesen Knopf hier drückt. Das ist, glaube ich, schon passiert, beziehungsweise nicht mehr. Nein, jetzt ist es eben aufgewacht. Dann Next muss man das Band hier einstecken in den Kopfhöreranschluss. Zack. Unlocking Band oder Band oder wie auch immer. Success. Unlocked. So, und jetzt muss man eben den Namen eingeben. Ich mache mal kurz hier, ähm, kipp das mal kurz ein. Kann man auch ein schönes Foto hinterlegen, wenn man will. Ähm. Werde ich jetzt vermutlich, oder finde ich ein gutes, ich weiß gar nicht. Nein, ich finde kein gutes Foto, das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so. Und kann dann hier eben einstellen, ähm, Male, Female, äh, Größe und so weiter. Ähm. Komisch, kann man hier ein Zentimeter umstellen. Ich gebe es jetzt auch mal hier an, so ungefähr. Weiß man ja auch nie so genau. Ähm. So, Birthdates braucht ihr natürlich auch nicht wissen. Ist auch nicht so arg interessant. Ähm. So, wenn man das eingegeben hat, kann man dann einen Account erstellen. Das mache ich jetzt auch noch kurz. Das ist natürlich jetzt ziemlich viel, ähm, was für euch nicht interessant ist. Aber dadurch seht ihr dann, wie allgemein die Einrichtung funktioniert. So, und dann seht ihr noch hier unten ein kleiner Disclaimer, eben, Your data is yours, we will never share it with anyone without permission. Ähm, das glauben wir jetzt einfach mal. Mal ein Personalized Band. So, jetzt, äh, ist der Account eingerichtet. Es war auch noch ein kleines Problem mit meinem Jobone-Account. Denn, äh, ich hatte schon einen, was ich nicht wusste. Denn, ähm, ja, mit den Headsets, äh, damals habe ich auch einiges getestet. Deswegen hatte ich da eben noch die, ähm, äh, dann eben Account. Deswegen hat das ein wenig gehangen. Also, it's now in awake mode, gathering info about your move. So, jetzt können wir das vermutlich hier rausstecken. Dann machen wir wieder die Schutzklappe drauf. Zack. Und dann machen wir das ein bisschen wie rum. So rum. So rum um das Handgelenk. So. So passt das. Next. Ähm, when you go to bed, you switch your band to sleep mode. Ah, jetzt hat es vibriert. Das heißt, jetzt ist es im sleep mode. Jetzt ist es im awake mode. Okay. Ziemlich, äh, praktisch und einfach zu bedienen. Next. You only need to remove your band for two reasons. Charge and sync. Zweimal am Tag soll man synchronisieren. Und, äh, charge, äh, jeden zehnten Tag. Wird auch in der App alles schön beschrieben. Ähm, um zu synken, einfach die App öffnen und, äh, das Band einstecken. Ja. Ist ziemlich selbsterklärend. Und dann bekommt man eben die ganzen schönen Daten hier aus dem, äh, aus der App. So. Jetzt kann man hier noch Ziele setzen, ähm, die man erreichen will. Zum Beispiel, wie viele Stunden Schlaf. Das können wir jetzt einfach hier verstellen. Acht Stunden Schlaf sind empfohlen. Upsa. Wir machen jetzt einfach mal sieben. Das sollte ausreichen. Beziehungsweise sechseinhalb. Dann, äh, Steps. Ähm, äh, weiß jetzt nicht, was ich da so hab. Vermutlich bin ich da weit drunter. Ähm, ich mach einfach mal hier 7500. Dann. So. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, was hier passiert. Ist jetzt vermutlich der Homescreen von dem Jawbone App, ähm, den, wo dann alle eben, alle Daten eben gesammelt werden, gemisammelt werden zum Schlaf und so weiter. Ähm, und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was hier passiert. Ähm, und werde euch dann natürlich noch die App genau erläutern. Das war jetzt nur das Einrichten des Jawbone App, ähm, hier auf meinem Motorola Razr Eye. Bei einem iPhone oder Ähnlichem geht es natürlich ähnlich, ähm, denn die App ist vermutlich ziemlich ähnlich gestaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.